Hallo meine Mädels, ich grüße euch wieder ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal ein etwas anderes Herbstlieblinge-Video für euch. Und zwar mal ein Favoritenvideo, in dem es nicht um Beauty und Pflege geht, wie sonst immer. Aber ich mache ja monatliche Favoritenvideos, also habe ich mir gedacht, ich mache mal andere Sachen, die ich in dieses Video packe, und zwar so ein bisschen Lifestyle-Food und ein Pinsel-Set. Und das sind, wie gesagt, meine Herbstlieblinge. Falls ihr doch nochmal ein gesondertes Video sehen möchtet, was jetzt Beauty und Pflege so angeht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten mache ich das nicht, weil wie gesagt, ich mache ja monatlich meine Favoritenvideos. Und ja, ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los mit den Sachen und meinen Lieblingen im Herbst, die ich euch zeigen kann. Und wir beginnen mal mit Schokolade. Also ich bin ja nicht der große Schokoladenesser, ja. Bei mir ist es immer so, wenn ich Schokolade esse, da muss ich immer literweise Wasser nachtrinken. Aber hier und da gehört das irgendwie so zu einem gemütlichen Abend bei mir. Ich weiß nicht, ist das bei euch genauso? Ja, und momentan, also seit Wochen eigentlich schon, meine absoluten Lieblinge, Lieblingsschokolade, und zwar die von Linz, die Hello My Name Is Schokolade. Das sind ja diese hier, die sind ja in aller Munde, ja. Aber ich habe mir vor ein paar Wochen eigentlich diese Tafeln gekauft und die sind tödlich, ja. Die sind wirklich tödlich. Da kann man nicht mehr aufhören zu essen. Und dann habe ich diese Mini Stick, diesen Mini Stick Mix gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt nimmst du die mit, weil die nicht ganz so auf den Bauch schlagen, wie die Riesentafeln. Da kann ich nicht aufhören zu essen. Und hier sind 120 Gramm drinnen und da sind auch diese Sorten eben enthalten, die es in den Tafeln gibt. Da haben wir dann einmal hier diesen Caramel Brownie. Dann haben wir hier Strawberry Cheesecake. Miam Miam, sag ich nur. Und dann haben wir noch Cookies & Cream, auch total lecker. Und noch Crunchy Nougat. Also hier hat man einfach die Auswahl und ich liebe das. Und die sind so schön klein und da kann man sich doch vielleicht ein bisschen mehr zügeln. Und die gehören irgendwie so für mich zu einem gemütlichen Herbst. Ja, sag ich mal, Abend auf der Kaut auf dem Sofa mit einem schönen Film, Kerzen und so weiter. Und ich liebe die. Die sind so lecker, ja. Also guckt die euch an. Die Packung hier kostet 3,29 Euro und die sind toll. Die sind echt lecker. Also ich liebe sie, ich liebe sie total. Falls ihr sie auch kennt und mögt, dann schreibt sie mir mal in die Kommentare rein. Ich bin total irgendwie denen verfallen. So, dann machen wir mal weiter. Bleiben wir mal bei was Leckerem. Und zwar trinke ich momentan auch sehr, sehr gerne Tee. Okay, für mich ist so Winterzeit, also Herbst-Winterzeit absolute Teezeit. Und jedes Jahr kaufe ich mir immer diese Winter- und Herbst-Editionen, Limited Editions oder keine Ahnung, es sind ja keine Limited Editions, Winter Editions von Teekanne. Und da decke ich mich immer ein. Und die trinke ich schon so lange. Also wie gesagt, die kaufe ich mir immer und immer wieder. Zum Beispiel haben wir hier Kaminabend. Mag ich sehr gerne. Das hier ist ja zum Beispiel Rotbusch-Tee-Mischung mit Orangen-Zimt-Marzipan-Aroma. Hört sich auch lecker an und schmeckt auch lecker. Dann haben wir auch mein Liebling mitunter und zwar Sternenmarkt. Das ist ein Kräutertee mit gebrannten Mandeln-Vanille-Aroma. Und ich liebe die. Also ich kaufe die mir, wie gesagt, jedes Jahr nach. Und wenn ich die schon in den Regalen sehe, dann freue ich mich schon total. Und die riechen schon in der Verpackung gut. Die habe ich jetzt offen. Ich habe auch die anderen offen, weil ich die so gerne zwischendurch trinke. Und hier haben wir noch Hüttentraum. Ist auch total lecker. Das ist jetzt ein Früchtetee mit Rumtrauben. Orangen-Aroma ist aber kein Alkohol oder so. Und hier guter Letzt noch Winterzeit. Also das ist jetzt natürlich so ein Wintertee, klar. Aber ich finde trotzdem, den kann man im Herbst trinken. Und das ist jetzt so ein Früchtetee mit Spekulatius-Aroma. Und das riecht so nach Weihnachtsmarkt. Und total heimisch und gemütlich. Und ganz, ganz, ganz lecker. Und die kosten 2 Euro. Also 1,99 Euro. Ich weiß nicht, ich habe die noch nie im DM gesehen. Also ich kaufe mir die immer im Müller irgendwie. Gibt es die noch irgendwo? Könnt ihr mir das vielleicht unten mal in die Kommentare reinschreiben. Ich muss dann immer extra zum Müller fahren. Was natürlich jetzt auch nicht schlimm ist, ne. Dann kauft man halt noch ein bisschen was ein. Aber die Sorten, also die sind so, so, so lecker. Und ich kann sie euch empfehlen. Wenn ihr Tee mögt, guckt euch mal diese Herbst-Wintersorten von Teekanne an. Die sind so lecker. So, ähm, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen, mit meinen momentanen Lieblingspinseln. Und ich wurde schon so oft gefragt, ähm, auch von etwas jüngeren von euch, ob ich nicht Pinsel empfehlen kann. Ähm, die gut sind. So ein Pinsel-Set am besten. Und sehr gut für Anfänger geeignet ist. Und nicht ganz so teuer. Ähm, ja, und dann hab ich, ähm, ja, vor, ich glaube, eineinhalb Wochen, glaube ich, bei Sheenzeit ein Pinsel-Set bestellt. Und hab das getestet. Und ich bin echt angetan. Und die Farben, die sind für mich total herbstlich. Also, ich benutze die Produkte seitdem tagtäglich. Und, ähm, hier sind 16 Pinsel enthalten. Also, das ist jede Menge. Und die sind auch gar nicht teuer. Ich schreib's euch mal unten in die Kommentare. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ich glaube, ähm, maximal 17 Euro hat dieses ganze Pinsel-Set gekostet. Ähm, mit dieser tollen Tasche, also Aufbewahrungstasche. Und sieht so aus. Und ich denke, die meisten wissen von euch, dass man für manche Pinsel schon alleine für einen Pinsel zu viel Geld hinblättern muss, sag ich mal. Und hier hat man einfach alles dabei. Ich zeig euch das jetzt mal einfach. Ganz, ganz viele Augenpinsel. Ich werd euch auch nochmal was einblenden. Aber hier hat man Concealer-Pinsel. Dann hat man hier so einen tollen, ähm, Fächer-Pinsel, mit dem man so Überschuss wegmacht. Mach ich sehr, sehr gerne. So Fall-Off oder Fall-Out. Und dann hat man hier so einen Rouge-Pinsel, Lippen-Pinsel, den ich jetzt noch nicht verwendet habe. Und, ähm, Puder-Pinsel. Und die sind richtig qualitativ gut für den Preis, sag ich euch. Also total weich und total flauschig. Und die sehen auch hochwertig aus. Also für den Preis total toll. Ich benutze sie seitdem täglich. Ich habe sie gewaschen und sie bluten nicht aus. Also sie verlieren keinerlei Haare. Also sie sind wirklich top, wie gesagt, mit diesem Täschchen. Und für den Preis unschlagbar. Links setze ich euch unten in die Infobox, wenn ihr euch dafür interessiert. Weil ich schon so oft angefragt wurde, ob ich denn etwas Günstiges und Gutes empfehlen kann. Und die sehen echt toll aus, oder? Also sie sind so klasse Herbstfarben. Auch so Gold. Rosé-Gold. Und hier so einen dunkelgrünen Stiel. Und man sieht auch nicht so den Schmodder, muss ich sagen. Ist zwar kein Grund, jetzt deshalb weniger Pinsel zu waschen, ist klar. Aber man sieht nicht gleich den Schmodder, wie jetzt bei so hellen. Und die sind wirklich toll. Also ich benutze sie seitdem täglich. Und die sehen auch klasse aus. Wie gesagt, Link findet ihr unten in der Infobox. Ich werde euch jetzt am besten nochmal ein paar Bilder einblenden, dass ihr sie besser sehen könnt. Dann machen wir mal weiter. Bei mir im Herbst dürfen Kerzen nicht fehlen. Kerzen total. Innen, sag ich jetzt mal, ist für mich so ein bisschen mitunter das Herbststimmungsgefühl überhaupt. Und momentan stehe ich total auf Yankee Candle. Video, Haul-Video gezeigt. Das kann ich euch unten auch in die Infobox verlinken. Da könnt ihr nochmal drauf schauen. Ich habe mir ganz, ganz viele leckere Düfte bestellt. Ganz viele leckere Weihnachtstüfte. Und meine Herbstlieblinge sind das definitiv. Und ja, da gibt es ja Tarts. Ich habe jetzt mal stellvertretend ein paar rausgesucht. Ich habe hier Warm Spice hier zum einen. Klar, man muss die Düfte mögen, ist mir schon klar. Aber wenn man sie mag, dann sind sie total toll. Die halten lange, die duften euch die ganze Wohnung voll. Das hatte ich euch halt auch schon im Haul-Video gesagt. Deswegen sage ich da jetzt nicht mehr viel zu. Hier haben wir noch Vanilla Cupcake. Und für Vanille-Fans ein absolutes Muss. Die kosten so um die 2,01 Euro. Und wie gesagt, ich verlege euch mal mein Video unten in die Infobox. Dann könnt ihr das nochmal genauer anschauen. Und die sind für mich auf jeden Fall ein Must-Have. Also jetzt nicht speziell diese, aber Kerzen, Duftkerzen generell. Hier habe ich noch Snowflake Cookie. Das ist jetzt so ein Sampler, so eine Retiefkerze. Mag ich auch total gerne nach Plätzchen riechen die. Und ja, kann ich euch ans Herz legen. Es haben viele gesagt auch, dass die Ikea-Kerzen sehr gut sein sollen. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich noch keine von Ikea habe. Aber die liebe ich und die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Ich finde die richtig, richtig toll. Und dann darf im Herbst natürlich auch keine Deko fehlen. Und gerade jetzt steht Halloween vor der Tür. Und ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund erkennen könnt. Hier hinten habe ich eine ganz, ganz tolle Deko, die ihr jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht seht. Aber ich werde euch gleich noch ein paar Bilder einblenden und wie das aussieht. Und ich stiefel ja immer so im Herbst und so in zum Beispiel Nanunana rein. Und gucke mir die Dekos an. Ich bin überhaupt talentfrei, was das angeht, selber zu machen. Ja, aber, ja, meine liebe Sandy Maus, die Sandylicious 0509. Ihren Kanal, den findet ihr auch unten in der Infobox. Die hat mir diese tolle Halloween-Deko gemacht. Ich hatte sie euch auch schon auf Instagram gepostet. Sieht genial aus. Und auch abends, das macht so viel her und ist so toll. Ich frage mich immer wieder, Maus, wie machst du das, ja? Wie kommst du auf diese tollen Ideen? Klar, man kann sie kaufen, aber erst mal selber drauf kommen und sich die Zeit nehmen. Danke, Herr Maus, dass du mir das gegeben hast. Ich habe mich so drüber gefreut. Und, ja, ihr seht noch mal ein paar Bilder. Und ich finde so Herbstdeko, Halloween oder auch komplett Herbstdeko, was an sich geht, gehört so in die Wohnung mit dazu. Und das ist auch so mitunter mein Liebling. Und jetzt seht ihr noch mal ein paar Bilder von der tollen Deko, dass ihr sie einfach besser sehen könnt. Dann kommen wir zu meinem letzten Herbstlieblinge-Produkt, kann man ja nicht sagen, sondern es sind Bücher. Und ich muss sagen, ich komme in letzter Zeit nicht ganz so häufig dazu, Bücher zu lesen. Ich habe in der Schwangerschaft, glaube ich, das letzte Mal so richtig Zeit gehabt, mich so in so ein Buch zu vertiefen. Und bin aber total begeistert von den Büchern von Kate Morton. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Das ist eine australische Schriftstellerin, ist, glaube ich, Australierin. Oder ist das eine Neuseeländerin? Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Ist aber auch völlig egal, wo sie herkommt. Auf jeden Fall schreibt sie so geniale Bücher. Also, wenn ihr euch für so Familiensagen interessiert, in denen es total spannend zugeht, dann sind diese Bücher genau das Richtige für euch. Ich habe, glaube ich, vor drei Jahren das erste Buch von ihr gelesen. Und das war Der verborgene Garten. Das ist so ein tolles Buch. Also es handelt, sage ich jetzt mal, in zwei verschiedenen Zeitzonen. Einmal so in der, ja, Gegenwart und einmal in der Vergangenheit. Und um, sag ich mal, die Vergangenheit so ein bisschen aufzulösen, weil es ist ja so ein Familiensaga und total verstrickt und spannend und so und so. Um das alles aufzulösen, müssen sich diese beiden Zeiten miteinander treffen. Und, wie gesagt, da wird, ja, in die, was weiß ich, in der Weltgeschichte rumgeflogen und geguckt und nachgefragt. Und da geht es um Bücher und um, ja, Geheimnisse. Also es ist total spannend. Und, also das kann ich euch total empfehlen für so einen tollen Schmöckerherbstabendnachmittag. Und da habe ich auch dann noch das geheime Spiel. Also sie hat so alle Bücher so im gleichen Stil geschrieben. Und dann habe ich auch noch die fernen Stunden, was ich auch sehr mag. Das hier ist jetzt ein gebundenes Buch. Das ist ein Roman, aber ich sage euch, ich konnte diese Bücher nicht aus der Hand legen. Überhaupt nicht. Ich war immer so gefesselt davon. Sie hat mittlerweile auch ein neues rausgebracht, das ich mir jetzt auch holen möchte. Wie gesagt, ich komme in letzter Zeit einfach nicht dazu, Bücher zu lesen. Finde ich, spannt mich immer den ganzen Tag ein, was ich auch gut finde. Aber ich denke mal, so in nächster Zeit, mein Mann hat demnächst auch Urlaub, werde ich wieder mal Bücher lesen. Was ich euch auch noch als Tipp empfehlen kann, sind die Bücher von Lucinda Riley. Und das ist unter anderem das Orchideenhaus. Das ist auch total spannend, total interessant. Das ist auch ungefähr so im gleichen Stil. Also ich liebe ja solche Bücher. Und dann hat sie auch noch das Mädchen auf den Klippen. Fand ich auch sehr, 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 sehr spannend. Und ich glaube, auch sie hat mittlerweile noch ein Buch rausgebracht. Und das werde ich mir auch holen. Also ich werde demnächst sicherlich vielleicht auch mal ein Bücher holen. Machen, falls euch das interessiert. Aber ich kann euch diese Bücher total empfehlen. Und kuschelt euch mit einer Decke aufs Sofa, lest die Bücher. Und ich sage euch, ihr werdet so in eine andere Welt irgendwie gesogen. Das ist total spannend. Also ich habe es immer geliebt. Und ich lese sie auch sehr gerne. Also ich kann sie euch empfehlen. Und ja, ich blende euch am besten jetzt noch mal ein paar Bilder ein, dass ihr die Bücher an sich noch mal genauer seht. Ja, das waren meine Herbstlieblingssachen im Bereich Lifestyle, Food und auch Pinsel, wie ihr gerade gesehen habt. Ich hoffe doch, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video doch ein Däumchen nach oben. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich ganz doll über ein Abo freuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns immer im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch allen noch einen gemütlichen Tag. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.